Am 4. November 2013 wurde im Gesellschaftshaus Magdeburg der diesjährige Umweltpreis der Landeshauptstadt für herausragende Leistungen zum Einsatz regenerativer Energien verliehen. In den Kategorien Wirtschaft, Jugend und Privat sowie Forschung vergab die Jury mit Vertretern aus Wirtschaft, Bildung und Forschung die Preise. Unter den glücklichen Preisträgern war auch ein Student der Otto von Gericke Universität. Stefan Waliszewski ist im Masterstudiengang der Elektrotechnik immatrikuliert und hat einen dezentralen Energiespeicher entwickelt. Das Ziel dieser Anlage ist, dass eigentlich fluktuierende Energieeinspeisung aus regenerativen Energien zum Beispiel hier zwischenzulagern in diesem Energiespeicher, um dann später wieder abgeben zu können, wenn gerade keine Sonne scheint oder kein Wind weht. Seine Entwicklung hat zwei deutliche Vorteile. Einerseits kann die Sonnenenergie gespeichert und somit die Umwelt geschont werden. Andererseits kann der Industriezweig der Elektromobilität durch sinkende Preise für Batterien profitieren. Zurecht wurde er daher als Zweitplatzierter in der Kategorie Forschung geehrt. Ich bin natürlich glücklich, dass ich den zweiten Platz erreichen konnte. Ich habe nicht so sehr damit gerechnet, als ich das eingereicht habe, muss ich ehrlich zugeben. Von daher bin ich schon ein bisschen überwältigt, dass es geklappt hat.